Wer ist eigentlich der tatsächliche Vater von Thaddeus? In der Folge Roboter Crabs hat ja Spongebob so eine Art PTSD von diesem einen Roboterfilm, den er sich angeschaut hat. Und deswegen glaubt er, dass Mr. Crabs ein Roboter ist, weil er komische Geräusche macht. Und keine Emotionen zeigt, als Spongebob Mr. Crabs davon erzählt, dass es immer noch Leute gibt, die diesen Channel nicht abonnieren. Dass der Vater von Thaddeus ihn nie umarmt hat. Worauf Thaddeus antwortet. Abgesehen davon hat mich mein Vater sehr geliebt. Das ist jedoch das tatsächlich erste und letzte Mal, dass in der Serie über den Vater von Thaddeus gesprochen wird. Jedoch wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer graben und das Buch Hooray for Dads rauskram. Welches im April 2006 rauskam. In welchem es mir darum geht, dass die verschiedenen Spongebob Charaktere irgendwelche Vater-Kind-Aktivitäten machen. Und Spoiler, Plankton und sein Vater gewinnen am Ende. Und in dem Buch erkennt man, wie schon erwähnt, den Vater von Plankton, Gordon Plankton. Den Vater von Sandy, Paar Cheeks. Und den tatsächlichen Vater von Thaddeus, Jeffrey oder auch Jeff, Tentakel.